hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge der minecraft fakten und ja heute habe ich wieder fünf sachen von euch ausgesucht die ich euch gerade vorstellen werde und wenn ich heute gute ideen habe für minecraft fakten dann schreibt mir auf youtube und dann wie der fakt der gut ist und noch richtig ist mit dem video eingeblendet mit namen und ja schreibt mir nach dem video in den kommentaren wie viele fakten ihr schon wusste und da muss ich sagen geht auch schon direkt los mit der heutigen folge die ersten beiden fakten sind von über zum jemann menschen unterschreibt das erste ist wenn man zum beispiel kann zufrieden tausend macht es ist ein vollmond arbeit zb 8000 9000 zweistens die giants werden von der dringend gehalten wie man normalen zombies und ja diese beiden fakten sind richtig und zwar wenn ich will wenn drei zum jemanden von uns und von mir dann kommt er von den heiligen tränken da schaden weil er untot er ist und das ist nicht gut wenn man da aber wenn die leben aufgeführt aber bei die linken der hat getötet aber mit ich kann mal ein sammeln giant machen dann würde der jetzt von dem schaden tränken schaden bekommen trifft natürlich nur da unten die hitboxer eigentlich ist nur da unten irgendwie aber von heiligen tränken wird er geheilt und das ist komisch war eigentlich ein riesiger zombierer von den schaden tränken bekommt einfach mal der mensch und von den heiligen tränken hat nicht und so komisch aber naja und ja dann als zweiten fakt wenn ich gerade mal eben jetzt hier 18.000 zum beispiel eingebe und den 14.000 was sagt mal 14.000 und das ist so ein vollmond aber kann auch die modphase bestimmen aber ob es noch mal ein bisschen weiter geht zum beispiel zu 38.000 dann haben wir zwar keinen neuen mund sondern so ein abnehmer dazu naja auf jeden fall kann man die modphase mit bestimmen wir können weiter geht's die nächste sache ist warum minecraft wirklich schreibt die kannst du auch wenn sie einfach nur agressiv sind und ja diesen fakt fand ich ganz cool und wenn wir kommen hat uns mit weg ins vorne jetzt ich hab's gewusst dass wir uns haben weg man soll jetzt haben wir wir haben auch von boxe jetzt 2 ich werde einfach mal runter fällt und nur Ich habe ihn nicht direkt getötet, sondern er war nur aggressiv und dann ist er dann halt gestoppt. Dann braucht er auch so ihre Experience und das ist ganz cool. Und dann kann man eigentlich zum Beispiel so eine Goldfarben zu einer XP-Farm umbauen. Und zwar schlagen wir einfach so ein Portal, dann einfach so ein Pigman, die dann alle anderen aggressiv und dann trinken. Und dann einfach so alle Experience und ja, ganz cool, einfach so schöne XP-Farm erbauen. Aber da geht's. Und die letzten beiden Fakten im Vorteil sind von MC Gimna 777. Und als erstes wird Dias keine Feuerwehr-Saketen machen und zweitens kann sich entwerfen an Portal-Portles in der Saal löschen. Und ja, diese beiden Fakten waren leider nicht komplett richtig. Also der erste schon, im zweiten Saal-Pack aber was. Und zwar, wenn ich Kapazorowars, also ein Comp-Tablet gehe, und dann jetzt einmal hier so ein Feuerwehr-Saketen geraten möchte. Der kommt zum Beispiel grüne, das ist halt ein Small Bomb mit Lime, also das halt grün ist. Kann man auch so schön Dias noch dazu verwenden, die Dias für eine Feuerwehr-Sakete verbrauchen. Und dann bekommt er hier so ein Trail. Und das brachte ich mir gerade eben mal zusammen. So. Wenn man auch noch mit dem Dirn-Trail. Das sieht dann so aus. Dann kriegt er noch irgendwie so ein... Ähm, so ein Schweiß heißt es? Aber... Ich hab jetzt mal schon da unten und äh... Ich kenne nicht ganz cool aus, oder? Und äh... Und... Also man kann Diamanten für Feuerwehr-Saketen verwenden. Und ja, den letzten Fakt muss ich ein bisschen umdichten. Ich war mal nicht sicher, dass es funktioniert, weil ich fuhre mal selber nach 1.9, das ist einfach wahrscheinlich gezeigt, damit man sich verplaschen kann. Aber da geht es mir nicht, weil ich muss ihn ein bisschen umändern. Und zwar... Ich kann man sich zwar nicht mehr ein bisschen löschen, aber... Man kann mit diesen Splash Butter Bottles, ähm... Also mal am besten hier prüft euer Fakten, ob sie richtig sind. Na und äh... Aber es ist schon gewesen vor der Folge der Mecha-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lass deine Pulsie auf der Remka nach Muni nicht vergessen. Und tschüss.